Die Wand habe ich öfter gefilmt, hier sind auch paar neue Tags, naja wie man das nennt, ein Cops, ein Peace Zeichen, dieses geile S, das alle kennen und das finde ich, das ist mit Edding, das ist mit Edding, Alter, hart, also das hat echt lange gedauert bestimmt im Vergleich zum Sprühen, für sowas wie ein Throw Up und das muss man erstmal hinkriegen, das ist jetzt einfach mal nur so krass, Alter, guck mal, hat jemand echt ewig hier so was gemacht, ich guck mal gleich, ich laufe hier gleich nämlich lang, vielleicht ist hier noch auf die Schnelle irgendwas, was sich lohnt, aber da wollte ich einfach nur sagen, krass, Alter, guck, Hammer, also sehr gefährlich, sich so viel Zeit zu nehmen. Feuer nicht drauf, auch nochmal ein Foto und Rec-Stack.